Robi, Kulturrevolte vom Karneval Global. Wir sind hier in der Falkensteinstraße in Kalk vor dem Proberaum von Rhythm Culture und versuchen jetzt mal, ob wir Rhythm Culture überzeugen können, am 9.7. bei Karneval Global auf dem Rudolfplatz zu spielen. Check this out, man. Original. This one... Das ist geil. Das ist ein Sire. This one is real underground. This one is real underground. Let me tell you. Let's take a sneak. Oh no, oh no. Wir tragen gerne hier. Zigaretten. Und hier. Oh, was das? Karneval Global. Karneval Global. Kommt alle zum Karneval Global. Hier hört ihr die Rhythm Culture in der Falkensteinstraße. Im Proberaum sind wir gerade, um hier mit denen abzuklären, ob die Spiele freuen sich auch schon sehr. Wenn das Wetter so gut ist wie heute, dann schätze ich, tanzt ihr alle nackt auf dem Rudolfplatz zu den geilen Reggae-Sounds von Rhythm Culture. Enjoy, man. More love in a di-neighborhood. Hey. Rhythm Culture live and direct in the practice room, the high-legal place. Racing. So, you invite you all, our sister and bride, your sister, you know, I hate to come up to the Rudolfplatz am nächste Samstag. 9.7. 9.7. Das wird am Samstag sein und so. Party, I'm home. We have any cameras in the house. I'm here about solo production and trimmend production. And we said, dankbar, das ist ja, was ihr haben, da war so viel gekommen sein. Yes, I am Rastafari. And the next song called, High Train. Oi. Hear what we say. No, 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 no Rundern! Wer sieht những die anderen Hände? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Musik Oh boy Oh boy Oh 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 Hi, I'm Solomon Adade I'm using this opportunity to invite you guys to our Carnival Global It's gonna be on the 9th of July And it's gonna be taking place at the Rudolfplatz 3pm And we have a lot of great artists who are ready to give you guys great fun there We have Tufia We have Rhythm Culture We have Natia And many many more, I can't measure all names now And yes It's gonna be very great because the weather is good And we've already checked the focus And we're gonna take also a parade from Rudolfplatz to our final destination in Banoff-Eringford Where we're gonna have a great party there Everything is blessed, everything has been made And all the police will gonna be making way for us there this day And everything has been planned So Now we're waiting for you guys to come and have some fun Just come on, come on Let's have a good time Bless This is celebration promo One love There a lot What his name is Vielen Dank.